Und wo genau sollen wir jetzt in Ahr reinfahren? Zwischen diesen beiden Inseln bei A4. Das ist unsere Standard-Taktik mit den Bismarcks, so fahren wir da immer. Da wir hier Top 4 sind, machen wir es genauso. Neu-Mexico. Irrer mich jetzt. Idiot. Der ist AFK. Nein, der ist gefahren. Der war erst AFK, dann ist er gefahren. Dann schießen wir mal auf dem Yoko, oder? Ich muss auf die Königsberg schießen, ich komme auf die Yoko. Genau, jetzt ist die Yoko weg. Ich bin ein paar Märiere. Ich bin ein paar Märiere. Deutsch. Ich bin ein paar Märiere. Oh, das war ein Blitz. Oh, nev, du faren, ähm, du faren längst um die in der Ruhe. Ich sehe, das ist ganz so flott. es war doch nicht dadurch weil das wenn man abgefackelt aber der chef hat gar gesagt was er hat gesagt wir fahren nicht dadurch wir fahren um die bildung rum ich starte mal mein flugzeug meint weil ich weiter vorne bin als ihr weil der ist die mojoko steht noch hier also aufpassen da ist er um 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 und einfach noch weiter Ja. Ach du. Fertig. Fertig. Ja. Fertig. Alles gut. Fertig. 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 Den Zug Polen rechts von mir? Ja. Ja. Und auf die Schaden rast. Ja ja. Du musst jetzt erstmal spitz drauf drehen. Nur wegen der. Dre nur hoch. Ich fahr. Fahr weiter auf die Schaden rast. Weil der hätte jetzt garantiert getrobt. Mit Sicherheit. jetzt kriege ich aber hier drehen wir drehen ja ja das sind die von der was jetzt geben jetzt hier ein mike ja also ich fahre ich auch nicht sonst habe ich dich jetzt voll auf die die brense hat ja 11.000 so achtung ja ja ich fress sie weil davon so dies weg sehr schön jetzt um uns die andere schauen aus da ja da musst du aber auch drauf schießen jetzt ja ich komme da ich kann doch nicht schießen weil ich da auf einer insel will ja ich bin doch dabei vorsicht ich nehme die mojoko die nämlich auch unter voll ja ja die steht fast ja die hat mit sicherheit getort sehr schön ich fahre jetzt trotzdem weiter ja ja so jetzt muss ich drehen jetzt habe ich auch einen schaden gefressen ich mache ich auch wo ist denn da ist unser Captain wo heißt du rum ja ich muss ja ein bisschen ausmachen was ich muss ja auch ein bisschen ausmachen was ist das denn da ist ja jetzt kriege ich von ja ja die Atlanta ist da hinten äh drehen wir mal nach links ab hau ab hier das war doch noch nicht in Richtung der Schadung Fahr runter Fahr runter bis zum Fenster na ja ich auch Düben abdrehen das schaffen wir hier sonst nicht die macht uns hier fertig die hat Lande oder aber voll drauf jetzt dricks Ding jetzt müssen wir trotzdem irgendwas machen hier die Biss mit die Schadens erstmal da weg weg nur da und mich weg du hast aber scheiße getortet der Vogel ja ich bin drauf komm du machst dich jetzt weg ich mach dich jetzt weg warte komm wir können nach Norden abdrehen da fahr mal so rein ja auch war noch mal 4000 gekriegt ja ja ich bin drauf ganz schnell ganz schnell ganz schnell ganz schnell ich bin jetzt ab nach B oder ja ja jetzt mal wir jetzt mal B äh ich mach mal kurz Vorsicht da kommt schon wieder die Atlanta ich hab gerade gelöscht oh ja aber ich bin du bist spitz drauf zufallen 6.000 also 5000 mehr äh jetzt hab ich gelöscht du musst jetzt weg gehen ja ich schieß euch schon drauf ich hab sie nochmal getroffen auch geh einfach vom Gas runter dass er nicht mal richtig trifft mach ich immer wenn die jetzt einschlagen müsste ich ihn haben ich hab einen besseren Winkel eigentlich ich krieg sie jetzt gleich breitseite rein die leer ja mach sie einfach ja ich mach sie weg komm die hat noch ja geht da jetzt raus mach doch keinen stress du kennst mich doch die stirbt jetzt ja eben ah ja super die ist raus alles muss wir jetzt selber machen ne machs ich hol mir jetzt die hast du die Kriste ja ich bin jetzt tot super ich komm jetzt so mit jetzt mach die Fuso Wegs weg da oben ja ich bin ja dabei ihr macht die New Mexico ich mach die Fuso ja die Fuso schießt mit heuer ja die Fuso schießt mit heuer boah guck mal die Lehmann da noch ja der ist weg ist raus so jetzt jetzt machen wir die New Mexico raus verkleb ich auch noch ab der Arsch hallo hallo hab ich euch doch gut geführt hallo ja mein hat's gut gemacht hallo ich hab zwei Aufträge abgeschlossen 95.000 Schaden alles gut guck mal wieviel Kills wir gemacht haben neune hallo ja ja so muss das sein Jungs neun Kills ja scheinbar ist das auch böse das der